Herzlich willkommen Freunde! Zurück zu Morgens! Du bist furcht geworden, Mann! Äh, zusammen mit Noah, Tobi, Leon... Das Ding ist so, ich wollte umbracht. Ich wollte von Noah eigentlich bei so einem Detikel. Ich wollte da nicht, weil das hört sich mal einschränkt. Äh, ja. Ne? Lexi, Aaron, Roboter... Achso, das ist gar nicht was. Egal. Ich nutze die Zeit und mach mal hier schnell die Sachen. Ich denke, die schaffen das da hinten auch alleine. Super. So, perfekt. Perfekt. So, dann muss ich da schon mal erstmal nicht mehr rein. Ist ganz gut. Superduper ist das nämlich. Achja, Conny ist glaube ich auch dabei. Habe ich den genannt? Ach, da muss ich gar nicht rein. Muss ich nach... Okay, gehen wir erstmal nach links. Denn wir müssen da dieses Ding da anschmeißen. Denn das dauert immer Jahre, Jahre, bis das Ding mal fertig ist. Gut, gut. Und tschüss. So, dann gehen wir ihn noch hier. Hier ist immer sehr, sehr gefährlich, finde ich. Hier könnte immer jeder liegen. Jeder könnte hier liegen. Zeig! Oh! Da liegt eine Leiche! Wo denn? Äh, im Security Room. Also, neben dem Reaktor-Ding. Ich muss ganz kurz was sagen. Markus ist... Okay, der hat den Abfall rausgeschmissen. Also er ist es nicht. Also kurz... Ich hab Markus aus dem Band springen sehen. Ich hab Markus aus dem Band gesprungen. Bist du sicher, Harron? Ja. Das hab ich auch gesehen. Nein. Wenn ihr euch so sicher seid, dann... Äh, wer hat den Reaktor gemacht? Das ist heute safe-call, ne? Ich will das nicht rausvoten. Wer hat den Reaktor gemacht? Ich war auf dem Weg zum Reaktor. Ich war mit Conny und Simon da. Und ich weiß nicht auch Conny oder ich. Ich war mit dem Reaktor und war unten rechts über Schilde, wo mir Aaron entgegengekommen ist. Er ist in die andere Richtung gelaufen. Also es waren grad mit mir drei anderen Abmi. Weil ich glaub, es war Noah und Simon. Ich war in Electric. Wer kam denn da rein? Ich hab in Electric diesen Task gemacht. Aaron kam und dann kam dann... Oder war das Lexi? Aaron kam danach der Tag. Ich bin kurz AFK. Ich schick kurz jemandem was. Also sie war das auch. Müsst nicht der Kill jetzt hier gewesen. Der war mit uns. Ich hab den Falschen gevotet. Ich hab mich gevotet. Nein. Du zeigst es Leon. Aber das ist gar nicht Leon. Sehr mies. Leute wenn ich jetzt sterbe. Ihr wisst wer es ist. Ja der hat mich irgendwann ausgedrückt. Der ist durch ein Band gegangen. Das hab ich nämlich auch erzählt. Ich bin auch ganz kurz AFK. Guten Appetit Lexi. Die Taktik kenn ich Lexi. Ja ich war früher. Die hat Moritz auch schon aufgenutzt. Ich meine wir fertig. Was ist das rum? Ich muss nur eine Sache machen. Dann bin ich fertig. What the fuck? Was machen die denn da? Och man. Dein Ernst? Dein Ernst hallo? Die Tür ist zu. Die Tür ist zu? Danke. Geh bloß weg. Äh da. Och ne ey. Komm wieder die Kacke. Also Leon kam von hinten. Deswegen guck ich mal eben ganz kurz ob hier irgendwo was ist. Das ist Fenrich. Och war ja klar. Hallo Knud. Moin Knudi. Hi Knud. Warte. ıyorum. Warte, 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 warte. Hallo Walco ils haben dann. du musst es gesehen haben das ist ja nicht von admin ja ich war ja auch sehr suspekte ich wollte nämlich gerade irgendwo hingehen toby mit mir in einem raum ja und dann war die türen zu ja da hätte ich dich auch geschliffst was leiche gehen wollte hätte ich dich auf das war ziemlich sicher dass es oben ist ja genau hier ist ja und ich halte ich will das ist was zum f*** leute wieso soll ich es jetzt sein mann weil du es hättest sehen müssen ja ich habe keine ahnung finde ich simon sehr sehr suspekt noch mal so angemerkt abin wo war denn abin wo war denn abin direkt am eingang mann am eingang ja du musst es gesehen haben ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen nein gelett am febber neben dem beispiel wieder wieder lisa offen alter lisa ja geil das ist ja was soll ich sagen ja alle worten nicht raus simon wird auch immer leiser nach rechts da bin ich einfach schön hier eingeschlossen mit leer und jetzt wort mich alle raus oder du mir den weg versperrt das zu deinem letzten opfer ja deswegen bin ich auch schön von links gekommen weiste ja nur das bad wieder links gekommen ja das macht ja sie muss auch gestorben gerade eben erst weil wir wollen wir haben leben jetzt werde ich raus geworden jetzt habe ich gesagt und nicht dass du es bist ja ich bin so nicht ganz gut ich hab alle das gemacht nicht ich bin das gott nicht hier machen für den falschen mord beschuldet für den falschen mord beschuldigt das war schon lustig ich nenne es kam du hättest mich lieber am leben gelassen genau die wurden jetzt simon ja das denke ich auch war der einzige der nicht sofort auf hallo 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 och man ich hasse dieses push-to-talk niemand ist es ja ach was ok habe ich doch gedacht dass es ist die lagen gleiche die lag in der cafeteria wo warst du da rechts wo die tür wo wir vorhin eingesperrt waren ich habe euch habe geguckt mit dem reaktor ja da recht ich hab ich war halt bei bei lexi und bei marco mit dem reaktor der war eben auch schon der einzige der der gegen zu begoldet hat also du kannst dich noch gerne verteidigen aber wir haben schon gewollt ja das war es mit der folge mangas ich hoffe wir sehen uns wieder bis dann euer kamito haut rein und ciao